Absolute Beginners spielt in dem London der 50er Jahre mit dem Sound der 80er. Mit zum Soundtrack beigetragen haben Style Council, Sade, Working Week und Ray Davies und natürlich David Bowie. Ich hab's euch versprochen, dass er sich platzieren wird, nur ist es passiert. Auf 55 mit Absolute Beginners. Für 6x Panic. With Love Missile F111. And this is Britain's Top 10. Yeah! Ja, ja, die Münchner Freiheit. Zuerst wollen sie ohne mich nicht einschlafen, jetzt bin's schon wieder tausendmal ich. Also ich glaube, ich brauche jetzt langsam mal einen Prinzen, der mich wach küsst. Auf 37, Prince und Kiss.